Hey Leute, hier ist der Aldemar. Zurück mit Corrupted. Corruption, Corrupted, Corrupted. Ich muss mal grad was leiser machen. Und zwar, ähm, muss ich das Spiel neu installieren. Weil ich hatte immer noch die Presseversion an und das war hier ein bisschen komisch. Da muss ich da was anderes anmachen. So, wir haben alles gecleared hier glaube ich. Äh, nächste Mission, warte, nein, nein. Äh, doch, haben wir. Lokalisiere und entschärfe die, das ist der nächste Standort. Also es sind zwei Missionen. Zwei Missionen sind das hier. Untersuchen, oh Gott. Ach, das waren die der Polizeiwache. Nicht schlecht. Äh. Shady Oaks Motel. Geh erstmal hier raus. Ja. Ah, guck, hier ist die Brücke. Oh, dann. Ähm. So, hier sollen jetzt die Sprengsätze sein, ne? Machen wir die mal zuerst, oder? Ne, Standort Broken Wheel Bridge. Warte, ich mach grad was kontrollieren. Ich muss was kontrollieren. Äh, wo waren wir denn gerade? Ich bin irgendwie zu weit oder so gegangen. Okay, dann machen wir das. Machen wir erstmal die Brücke frei. Alter. Ich finde nur was schade, dass überall Panzer rumstehen, oder? Oh. Nackt Beschützer. Guck mal, der stirbt schnell. Komm her, mein Freund. Oh, da oben ist auch noch einer. Äh. Wollen wir erstmal die Sprengsätze hinschärfen? Ich glaub schon, oder? Da ist einer. Ich liebe es. Ich liebe es. Ah, schnell weg hier. Ich glaube nicht, dass ich die ausknipsen kann, so. Jetzt mal die Dinger ausknipsen. Ich glaube nur, ich muss noch kurz abspeichern. Ich weiß nämlich nicht, wer nicht gesichtet werden darf. Oh Gott! Der ist oben, der ist egal. Oh. Achso, der ist oben. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Dann kann ich ja dann vorbeigehen. Da. Oh, doch, jetzt hat er uns gesehen. Na gut. Gott sei Dank haben wir. Ich muss mal gucken, wegen Waffenupgrades und so. Wir müssen unbedingt gerade weggehen. Das ist ein scheiß Ort. Den können wir ausknipsen. Das müsste gehen. Es ist ein anderer da. Es sei denn, es sei denn, ihn findet jemand. Es sei denn, ihn findet jemand. Das ist natürlich dann nicht so toll. Das weiß ich halt nicht, wie das hier in dem Spiel so läuft. Der oben ist auch vier. Den können ich auch abknipsen. Den machen wir auf jeden Fall weg. Kannst du dich wieder tarnen? Und drüber. Hehehe. Ach, das ist das Beste. Da haben wir schon mal drei weniger. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, ich liebe es mir selber auf die Schulter zu klopfen. Es gibt einfach nichts Arroganteres als das. Ich bin einfach der Beste. Okay. Wofür dazu? Nack. Nack. Können wir noch mehr Polizeiwagen? Sheriff, Entschuldigung. Ich bin sicher. Ja, quickly. Kleer Stupidor Ich glaube, der ist egal, ob der irgendwo ein Toter liegt. Schnell, 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 schnell. Folgen Sie mir. Folgen Sie mir, meine Totenkameraden. Was sind das denn für Geschütze? Ich spreche und es wird dich verletzen. Okay? Oh, 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 oh. Ich weiß mein Recht. Ach ja, jetzt ist das einfach die Mission vorbei. Naja. Belohnung. Nachbesprechung. Ja, ich vergesse jedes Mal, dass der Auftrag dann sofort endet. Das ist so... Es hat seine Schwächen. Es hat seine Schwächen. So. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Guck mal. Und maximal zweimal Taktiken. Tja. Ausrüstung. Nitro-Schuss. Nehmen wir den halt mit. Still. Hm. Wir machen jetzt nochmal Broken Wheel Bridge. Und töten da die 10 Gegner. Ich will da mal ein paar Achievements machen. Das war jetzt natürlich echt blöd. Ich darf einfach nur nicht diese sekundären Sachen. Ich muss erst alles töten. Und dann erst die Sachen aufheben. Ich dachte das wäre irgendwie wichtig oder so. Können wir den da schon mal mitnehmen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dinosaurs? Ich muss noch den falschen genommen. Oh, da oben ist noch ein Midi-Kit, das ist auch gut. Und der ist mal schnell tot hier. Sie haben mal direkt drei Gute oder drei Zehner. Guck mal, wir haben vierer und zehner. Gucken, was das Ziel ist. Was ist denn hier das... Das Bonis-Bonis-Ziel. Bonis-Ziel! Wollt ihr das Midi-Kit holen? Pass auf, die anderen beiden platziere ich jetzt hier oben. Und ich gehe mit dem hier runter. Ich gehe solo. Going solo. Han Solo. Going Han Solo. Bam, 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 bam. Config-Granate. Der hat mich gehört? Scheiße. Oh, das ist nicht so toll. Das dauert zehnmal länger, wenn wir das hier zumachen. Okay, machen wir... Ich habe mich ja enttarnt. Deswegen hat er mich gesehen. Bestimmt. Ah, er geht weg. Wenn einer in so ein Panzer einsteigen würde, hätte ich alles erledigt. Und schon ist es vorbei. Okay, erstmal der zehn. Der müsste eigentlich auch in Reichweite sein. Gucken, dass der andere den zieht, wenn ich den platt mache. So, das dürfte es gewesen sein, ne? Dann gehen wir mal töten. Okay. Ups. Got it. Äh, Nitro Schuss. Ja, warum nicht, oder? Okay. Das muss ja wohl funktionieren. Sehr schön. Natürlich. War ja wieder klar. Ich hab nur 25% Treffsicherheit. Du blöder Sack. Scheiß drauf. Da ist die Rache dafür. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Overwatch. Overwatch. Ich bin sauer. 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 Was ist die Leider? Hä? Ah, er sei. Ansonsten. Beizuge. Objektiv. Beizuge. Beizuge. Durchs Auto! Durchs Auto! Brace Brace Ballschutz Ich gehe nur noch in volle Deckungen. Schnauze voll Na, so viel zum Thema volle Deckung. Ähm, wo ist denn der hingelaufen? Was ist, wenn ich den da abknalle erst? Na gut, so viel dazu. Ja, scheiß jetzt. Pass auf, jetzt höre ich wieder ein. Ich kann hier halbe Deckung laufen, aber der kann ja sowieso durchs Auto schießen. Aua Oh, eine Finger hier. Ah. Ich bin es. Ah. Annen. Ah. 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 Keine Munition mehr. Toll. So, jetzt den Sprengsatz. Follow me. Follow me. Habe ich es jetzt geschafft? Eliminiere alle Feinde im Bereich. Ah. Ah. Warum ist die Mission nicht einfach zu Ende gegangen? Warum ist die Mission denn vorher einfach zu Ende gegangen? Das verstehe ich halt nicht. Da muss ich deswegen jetzt nochmal alle töten oder was? Äh. Ah. 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 Eliminiere alle Feinde im Bereich. Hat nicht funktioniert. Ne. Ne. Da hinten muss noch einer sein. Ne. 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 Und da's egal. Die andere Karte noch. Ne. Also viel dazu! Toll. Was ist denn das hier? Ähm, ähm. Ne, da müssen wir doch eigentlich jetzt ne, müssen wir uns erfolgreichdings bekommen. Ne, also... Was hat man doch schon? Was haben wir doch schon gemacht? Ja, keine Ahnung. Na gut, Leute. Wir hören jetzt mal auf mit Corruption. Ähm. Ähm, ob mehr Folgen kommen, lasse ich jetzt mal offen. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt mit diesen Missions, äh, Zeug, Overlay von dem Spiel. Wir gucken mal. Okay, Leute. Naja. Dann hab ich euch schon mal vorgewandt. Das war's erstmal davon. Und wir sehen uns wieder in vielen weiteren Videos. Und bis dahin, haut rein, Leute. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal.